Was ist das? Was ist das? Hey! Was ist das? 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 Das verholt zwar die Stimmen, aber die Kinder machen lockerlich, jetzt nur aus Spaß. Was ist das? Tanja, war ich schon. Ich muss Kullof machen. Ich habe es in der Nähe. Dagmar! Für sich? Nein, für alle. Vor einem anderen. Ich sag ... Die linke Hand für hier, damit sie nicht wegrutschen wird. Hier ran, hier ran, hier ran. Was hier an den Ellenbogen hier rennt, damit sie nicht wegrutschen. Eine Hand. Auf die Plätze. Ich fertig. Los, Jenny. Hey, Betty, du enttäuscht mich. Michel, wir bitte auch nachher. Pst, geh weg. Ich filme. Ich filme. Ich filme. Was? Ich habe meine Hand hier. Ich habe meine Hand hier. Ich habe ein armes Eck kürzer als meine Hand. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ich liebe dich nie. Ja, aber genau. Oh, oh, oh. 3, 2, 1, ab und los Ja, ich sag mal, Mikkel habe ich auch schon geschlagen 3, 2, 1, los Hey, seid ihr doch am drücken oder ist das schon die zweite Runde? Das ist schon die zweite Normalerweise hängt er auf dem Rücken, ja? So, bitte, jetzt komm Hey, du bist weg?